Eine krasse Wendung geht jetzt Max Otte zur AfD-Fragezeichen. Er wurde bei Twitter gefragt, ob er jetzt tatsächlich einen Eintritt in die AfD wagen will. Seine Antwort in diesem Video, aber auch Max Otte hat das sinkende Schiff der Werteunion verlassen. Diese Blitzmeldung ist überall viral gegangen. Nachdem Markus Krall wirklich sechs Gründe detailliert genannt hat, warum er sich von Maaßen und der Werteunion distanzieren möchte, beziehungsweise nichts mit der Partei zu tun haben will, ist auch Max Otte dieses sinkende Schiff, hat er abgeschlossen. Er hat mit dem Thema abgeschlossen, er hat sich sehr kritisch geäußert. Deswegen schauen wir uns an, was Max Otte hier zu diesem Thema zu sagen hat. Und dann natürlich auch die Frage, ob er zur AfD wechselt. Ich finde es sehr, sehr krass, was hier gerade passiert. Ich finde, viele Unternehmer merken jetzt, dass diejenigen, die uns weismachen wollen, die politische Wende einzuleiten, vielleicht doch eher nur eine Luftnummer sind. Und wir haben auf dieser Basis auch nochmal eine Umfrage gemacht auf unserem Kanal, ob man jetzt die Werteunion noch wählen würde. Also wählst du die Werteunion trotzdem oder sagst du, diese Partei ist für mich komplett ins Ausgeschossen. Auch diese Umfrage kannst du beim letzten Video das Ergebnis sehen. Ist wirklich krass, wie viele Leute gesagt haben, hey, no way, das Ding ist durch. Also starten wir direkt rein mit der Blitzmeldung. Schreib mir gerne mal deine Meinung zu Max Otte in die Kommentare. Denn er hat ganz klar auch gesagt, er tritt hier aus der Werteunion aus. Und das ist tatsächlich auch hier die Aussage auf Twitter vor 16 Stunden. Die Aussagen aus den Reihen der Werteunion lassen zweifeln, dass die Partei geeignet ist, die Politikwende in Deutschland mitzugestalten. Sie deuten stattdessen auf erhebliche politische Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzungen hin. Und damit sind vor allen Dingen drei Aussagen von Maaßen gemeint, der ja übrigens auch sehr hart gegen die zwei austeilt. Sie selber als Miesepeter, ja fast schon als Verräter hinstellen möchte. Auch dieses Video unbedingt hier auf dem Blitzmeldungskanal ansehen und weiter teilen. Wir müssen jetzt aufklären, dass die Leute hier informiert sind, weil die Erwerteunion ist nicht mehr das, was sie zu, ja, sag ich mal, zu sagen war, beziehungsweise sich selber hingestellt hat. Drei Aussagen waren es. Die erste Aussage war vor allen Dingen die Aussage, dass man nicht die AfD 2.0 sein möchte, wo denn viele auch schon interpretiert haben, dass man vielleicht doch sich die Brandmauer aufstellen möchte und gerade auch die AfD nicht als potenziellen Koalitionspartner sieht. Das war das Erste, was hier in den falschen Hals gekommen ist. Und das Zweite war tatsächlich, dass man sich auch offen hält, mit der CDU zu koalieren. Und jetzt halte dich fest, es ist kein Scherz, selbst mit den Grünen hält man ein Bündnis nicht mehr für ausgeschlossen. Dafür wurde Friedrich Merz damals, vor zwei Wochen, als er das veröffentlicht hat, mit seiner Idee schwarz-grün komplett abgestraft. Und jetzt kommt einfach mal Maaßen mit dieser Idee um die Ecke. Also ganz ehrlich, das ist doch ein Verrat am Wähler? Und bevor wir gleich zur Antwort kommen, ob jetzt Markus Krall oder auch Max Otte zur AfD wechseln, das ist ja die ganz große Spekulation, viele sagen, okay, dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Partei, um politisch diese Wende zu schaffen, muss man dazu sagen, er selber hätte als Bundespräsident sich für das Grundgesetz eingesetzt, für die Verteidigung der Grundrechte, für die Meinungsfreiheit. Und dementsprechend hätte er auch gerade, was die aktuellen Konflikte angeht, für Lösungen in Richtung Friedensverhandlung und Diplomatie sich eingesetzt. Und ich finde, Max Otte wäre definitiv ein besserer Bundespräsident als unser aktueller. Ich meine, auch dort sehen wir die ganzen Skandale noch und nöcher. Teilweise werden ja politische Gegner mundtot gemacht, als Rattenfänger bezeichnet. Also ich finde es einfach nur traurig, wie sich die Ampelpolitiker hier selber ins Gesicht lügen, in die Tasche lügen, immer wieder denken, die Ampel macht gute Politik. Und dementsprechend ist das schon mal der erste Part von der Blitzmeldung. Jetzt kommen wir zum zweiten Part. Daraufhin ist nämlich so ziemlich alles eskaliert. Er wurde nämlich sofort auch gefragt, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Daraufhin hat übrigens Dr. Markus Kall auch gesagt, auch er tritt aus der Werteunion hier ein. Und jetzt kommt hier Freigeist 68 mit der Frage, sehr geehrter Herr Otte, werden Sie Mitglied bei der AfD? Und ich meine, bevor wir uns die Antwort gleich ansehen, er hat tatsächlich auch geantwortet, muss man doch wirklich sagen, welche Alternativen gibt es denn? Die Wagenknecht-Partei, come on, also ich glaube, da hat sich Markus Kall und auch andere ganz deutlich geäußert, dass sie mit dieser Partei erstmal nichts wirklich zu tun haben wollen. Es sind zwar Ansätze, Punkte dabei, mit denen man sympathisieren kann, aber gerade auch eine Vermögensteuer oder generell auch das Steuersystem so zu revolutionieren, dass Leistung noch härter bestraft wird, das kann nur ein schlechter Scherz sein. Und gerade auch in unserem letzten Beispielsvideo haben wir es ja auch mal vorgerechnet, wer Bürgergeldempfänger ist, der hat tatsächlich mehr in der Tasche als jemand, der 2000 Euro brutto verdient, beziehungsweise man ist auf einem ähnlichen Niveau. Und das ist vor allen Dingen durch diese Missmanagement-Aktion von der Regierung mit den 12% Bürgergelderhöhungen auch zustande gekommen. Das heißt, da sehen wir doch, dass die einzige Partei aktuell, die oppositionelle Arbeit leistet, die AfD ist. Und viele sind tatsächlich mittlerweile so weit, dass sie ihren Kreuzchen bei der AfD setzen, weil man von den Ampelparteien die Schnauze voll hat. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, die schieben jetzt immer wieder die alten Regierungen als Schutzschild sozusagen vor. Ja, die anderen sind schuld. Also ganz ehrlich, sie wollen keine Eigenverantwortung übernehmen. Immer wieder nur den Krisen, den externen Ausländern sozusagen, den schwarzen Peters zuschieben. Also nach dem Motto, darf man eigentlich heutzutage noch schwarzer Peter sagen? Achso, wahrscheinlich ist das Kartenspiel auch schon verboten in der Woken-Gesellschaft. So, und jetzt kam leider auch die Antwort und leider, ich bleibe parteilos, kam zurück. Das heißt, hier müssen viele weiter hoffen oder zumindest eben bleibt es offen, ob er jemals wieder in die Partei eintreten möchte, beziehungsweise in eine Partei. Und eintreten, austreten, ein wenig volatil daher. Eine Partei, 31 Jahre CDU, Werteunion seit 2018. Es wird ja immer so hingestellt, als wenn Max Otte jetzt erst seit drei Monaten oder seit drei Tagen dort war. Das ist ja nicht der Fall. Und ganz ehrlich, es ist doch genau das, was eigentlich die Altparteien auch gemacht haben, was die Werteunion jetzt abgezogen hat. Man hat uns vor der Parteigründung das Blaue vom Himmel versprochen, hat gesagt, wir werden die große Revolution anstürzen und wirklich politisch neuen Wind in Deutschland zu bringen. Aber all das wollte man hier mit der Werteunion nicht. Man hat hier tatsächlich nach der Parteigründung wirklich wenige Tage, das haben noch nicht mal die Grünen hinbekommen, einfach die Wähler so gegen den Kopf gestoßen. Und dann kam aber auch noch ein Seitenhieb, den ich wirklich gefeiert habe. Ich war hier tatsächlich nicht bereit, die Gegenstimme akzeptieren zu wollen, also dass er jetzt irgendwie eine neue Partei gründet, sondern er schreibt, ich war mal Vorsitzender, Gegenstimme bei den gegebenen Akteuren wäre nun wirklich nicht meine Liga, da habe ich wirklich Besseres zu tun. Und das hat wirklich nochmal den Vogel abgeschossen. Nicht meine Liga, er greift damit Maaßen nicht nur indirekt, sondern meiner Meinung nach schon fast direkt an verbal. Und das dürfte denen so gar nicht gefallen. Ich meine, Maaßen hat sie ja selber als Miesepeter, ja, als fast schon Idioten bezeichnet, die nicht den Wert von der Werteunion bekennen. Also es ist wirklich eine Riesenschlammschlacht, kann man sagen. Und nur konsequent schreibt auch Max Otte, und ich sei auch interessant, er hat dann aufs falsche Pferd gesetzt, Herr Otte, das war abzusehen. Also auch da ist die große Frage, hast du es ebenfalls schon kommen sehen, dass die Werteunion sich als Luftschloss entpoppt? Und vor allen Dingen, wird es jetzt heißer gekochen, als es gegessen wird? Also hat die Werteunion nach diesem Skandal überhaupt noch eine Chance? Gib gerne mal einen Daumen nach oben und schreib deine persönliche Meinung, ob tatsächlich die Werteunion für dich noch auf dem Wahlzettel steht. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal.